Herzlich willkommen zu einem neuen Digitalisierungsbox-Video. In diesem Video wird gezeigt, wie Sie eine End-to-Side-VPN-Verbindung in der Digitalisierungsbox für einen Android-Client konfigurieren. Zu Beginn des Videos schauen wir uns nun erstmal den Netzwerküberblick an. Hierbei sehen Sie auf der linken Seite den VPN-Client, der auf dem Android-Device ausgeführt wird. In der Mitte finden Sie die Digitalisierungsbox und rechts gibt es einen Server im lokalen Netzwerk zu sehen. Vom Prinzip her ist der Ablauf hier wie folgt. Der VPN-Client baut eine Verbindung zur öffentlichen WAN-IP-Adresse der Digitalisierungsbox auf. Hierbei sollte beachtet werden, es ist eine öffentliche IPv4-Adresse erforderlich. Sollte es sich bei dieser um eine dynamisch vergebene IPv4-Adresse handeln, ist ein Zusatzdienst wie dünndns erforderlich. In diesem Fall haben wir hier zwei Beispiele. Einmal die öffentliche IP-Adresse 98.158.64.117 und die dünndns-Adresse zentrale.dünndns.de. Der VPN-Client baut dann die Verbindung auf diese Zieladresse auf und im Anschluss ist dann ein Zugriff von dem Android-Device aus in das lokale Netzwerk, in diesem Fall auf den Server möglich. Kommen wir nun aber zur Konfiguration. Dazu müssen wir uns zuerst auf das Webinterface der Digitalisierungsbox verbinden. Hier gehen wir dann auf Konfiguration starten und im Anschluss können wir uns dann mit den Admin-Zugangsdaten am Webinterface anmelden. Wir befinden uns nun im Home-Bereich der Digitalisierungsbox und hier erhalten wir einen kurzen Überblick über das System. Um mit der VPN-Konfiguration fortzufahren, gehen wir oben in den Bereich Internet und Netzwerk. Hier klicken wir auf Mehranzeigen. Optional gibt es hier zwar auch die Möglichkeit, ein VPN via Assistent einzurichten, allerdings haben wir dort nicht die nötigen Einstellungen, die wir für das hier gezeigte Szenario benötigen. Deshalb scrollen wir nun runter, bis wir den Bereich VPN finden und hier gehen wir dann auf IPsec. Damit befinden wir uns in den IPsec-Einstellungen der Digitalisierungsbox. Als erstes gehen wir oben rechts auf Optionen. Hier prüfen wir, dass in den globalen Optionen IPsec aktiviert ist. Ist dies nicht der Fall, aktivieren wir hier einfach IPsec und bestätigen die Einstellung mit OK. Als nächstes gehen wir dann in den Bereich IP-Pools. Hier befinden sich gegebenenfalls schon mehrere Pools für unterschiedliche Netze oder auch für weitere VPN-Tunnel. Gegebenenfalls kann man hier einen vorhandenen IP-Pool für VPN-Tunnel übernehmen. Andernfalls kann man auch mit neu einen weiteren IP-Pool hinzufügen. Diesem vergibt man dann zuerst mal einen IP-Pool-Namen, zum Beispiel Android VPN. Dann vergeben wir einen Adressbereich. Dieser wird aus dem lokalen Netzwerk vergeben. Darf natürlich nicht anderweitig genutzt werden, zum Beispiel 192.168.2.60 bis 192.168.2.65. Je nachdem, wie viele IP-Adressen wir benötigen. Und das ist abhängig davon, wie viele Clients diesen IP-Pool später verwenden werden. Mit OK bestätigen wir dann hier die Einstellungen und haben damit diesen IP-Pool angelegt. Als nächstes kommen wir zum Punkt X-Out Profile. Hier legen wir mit neu ein neues Profil an, das wir für den Android VPN-Client benötigen. Zuerst vergeben wir auch hier eine Beschreibung, zum Beispiel Android X-Out. Dann haben wir die Rolle. Hier wählen wir Server aus und dann gibt es noch die Möglichkeit, den Modus auszuwählen und hier verwenden wir lokal. Dadurch können wir hier direkt Benutzer und die zugehörigen Passwörter anlegen. Für das Android-Device legen wir jetzt hier einen Benutzer an und vergeben ein zugehöriges Passwort. Dieses Passwort sollte natürlich möglichst sicher gewählt werden. Mit hinzufügen können auf Bedarf weitere Benutzer hinzugefügt werden. Sollen mehrere VPN-Tunnel nachher verwendet werden, ist dies jetzt durchzuführen. Abschließend bestätigt man dann hier die Einstellungen mit OK. Damit kommen wir zum nächsten Punkt Phase 2 Profile. Hier erstellen wir mit neu ein neues Phase 2 Profil und diesem vergeben wir erstmal einen Namen, zum Beispiel Android Phase 2. Dann konfigurieren wir die notwendigen Proposals. Wir beginnen mit der Verschlüsselung. Hier wählen wir AES 256 aus als Authentifizierung SHA-1. Dann scrollen wir kurz runter und deaktivieren hier die PFS-Gruppe. Die Lebensdauer lassen wir in den Standardeinstellungen weiterhin bestehen. Mit OK übernehmen wir hier die Einstellungen und haben damit das Phase 2 Profil für den Android VPN Tunnel angelegt. Nun gehen wir als nächstes in den Bereich Phase 1 Profile und erstellen hier ein neues Internet Key Exchange Version 1 Profil. Dazu klicken wir hier auf neues Ike V1 Profil erstellen. Damit erstellen wir hier ein neues Profil für die Phase 1 und auch diesem vergeben wir zuerst einmal einen Namen, zum Beispiel Android Phase 1. Dann wählen wir auch hier die Proposals und zwar wieder die Verschlüsselung AES 256 und die Authentifizierung SHA-1. Die DH-Gruppe, Diffy Hellman Group, stellen wir auf 2, also 1024 Bit. Dann haben wir als nächstes die Lebensdauer. Diese lassen wir auf den Standardeinstellungen. Im Anschluss kommt die Authentifizierungsmethode. Hier wählen wir Pre-Shared Keys aus. Dann kommt der Modus. Diesen lassen wir auf Aggressive und im Anschluss sind wir dann beim Typ lokaler ID-Typ. Hier wählen wir aus Schlüssel-ID. Dann haben wir noch hier den lokalen ID-Wert. Den können wir in den Standardeinstellungen lassen oder hier einen eigenen lokalen ID-Wert eingeben. Nachdem wir diese Einstellungen dann getätigt haben, bestätigen wir mit OK hier die Konfiguration und kommen damit zum letzten Punkt und zwar IPSec Peers. Hier erstellen wir mit Neu einen neuen VPN-Tunnel. Wir beginnen mit dem administrativen Status. Dieser muss auf Aktiv geschaltet werden. Dann haben wir die Beschreibung. Hier könnten wir zum Beispiel Android VPN auswählen. Dann kommt die Peer-Adresse. Hier wählen wir als IP-Version IPv4 bevorzugt aus und tragen nichts in dieses Feld ein. Denn die IP-Adresse des VPN-Clients wird sich je nach Standort verändern. Kommen wir als nächstes zum Punkt Peer-ID. Hier wählen wir als Typ Schlüssel-ID aus. Die zugehörige ID stellen wir dann zum Beispiel auf Android ein für den Android VPN-Client. Dann haben wir als nächstes die Auswahl der Internet-Key-Exchange-Version. Hier wählen wir Ike V1 aus. Es folgt der Pre-Shared-Key. Auch dieser sollte möglichst sicher gewählt werden. Danach kommen wir zur IP-Version des Tunnel-Netzwerkes. Hier wählen wir IPv4 aus. Dann scrollen wir noch ein Stück weit runter. Wir beginnen dann mit der weiteren Konfiguration im Bereich IPv4-Schnittstellen-Routen. Startend mit der Sicherheitsrichtlinie. Hier kann man entscheiden, ob dieser VPN-Tunnel vertrauenswürdig oder nicht vertrauenswürdig ist. Wählen wir nicht vertrauenswürdig aus, müssen alle Dienste, die der Client erreichen soll, manuell in der Firewall freigeschaltet werden. Wählen wir vertrauenswürdig aus, ist eine Verbindung von dem VPN-Client aus ins lokale Netzwerk uneingeschränkt möglich. Kommen wir als nächstes zum Punkt IPv4-Adressvergabe. Hier wechseln wir die Konfiguration von statisch auf Server im Ike-Konfigurationsmodus. Als Konfigurationsmodus wählen wir Pool aus. Dann kommt die Auswahl des IPv4-Zuordnungspools. Hier wählen wir den erstellten IP-Pool aus, in diesem Fall Android VPN. Dann konfigurieren wir hier noch die lokale IPv4-Adresse. Es wird die lokale IP-Adresse der Digitalisierungsbox eingetragen. Im Default-Zustand ist das die IP-Adresse 192.168.2.1. Ist die Digitalisierungsbox anderweitig konfiguriert, dann muss natürlich die jeweilige IP-Adresse des lokalen Netzwerkes hier eingetragen werden. Gehen wir als nächstes in den Bereich Mehranzeigen. Hier haben wir die erweiterten IPsec-Optionen und wählen hier auch unter anderem die verschiedenen erstellten Profile aus. Beginnend mit dem Phase-1-Profil. Hier wählen wir aus Android Phase 1. Dann kommen wir zum Phase-2-Profil. Hier wählen wir aus Android Phase 2. Dann kommen wir zum X-Out-Profil. Hier wählen wir das erstellte Profil Android X-Out aus. Dann kommen wir zum Punkt Anzahl erlaubter Verbindungen. Hier wählen wir ein Benutzer aus. Optional kann hier auch mehrere Benutzer ausgewählt werden, wenn dieser VPN-Tunnel für mehrere User genutzt werden soll. Als nächstes haben wir dann den Startmodus. Diesen schalten wir auf Anforderung. Kommen wir dann zu den erweiterten IP-Optionen. Hier können wir fast alles in der Default-Konfiguration übernehmen. Die einzige Änderung, die wir vornehmen, ist hier beim Punkt IPv4-Proxy ab. Hier wählen wir aktiv oder rund aus. Weitere Einstellungen müssen wir hier nicht anpassen und deshalb klicken wir unten auf OK und bestätigen damit die Konfiguration. Wir haben nun den VPN-Tunnel in der Digitalisierungsbox angelegt. Ein Schritt ist noch zu tun. Dann sind wir mit der Konfiguration in der Digitalisierungsbox fertig. Dazu gehen wir in den Bereich Internet und Netzwerk, gehen hier wieder auf Mehranzeigen und dann in den Bereich LAN-IP-Konfiguration. Wir wählen hier die lokale Zielschnittstelle aus. In diesem Fall ist das die Bridge 0 mit der Default-IP-Adresse 192.168.2.1. Wir gehen hier auf Bearbeiten und scrollen dann noch mal kurz runter, gehen auf Mehranzeigen und im Bereich Mehranzeigen gibt es dann den Punkt Proxy ab. Diese Funktion muss hier zwingend aktiviert werden und im Anschluss können wir dann hier auch die Änderungen mit OK bestätigen. Abschließend muss die Konfiguration wie immer bei der Digitalisierungsbox bootfest gesichert werden, deshalb klicken wir oben auf Konfiguration speichern und bestätigen den Vorgang mit OK. Wir haben nun die VPN-Konfiguration in der Digitalisierungsbox erfolgreich durchgeführt und damit kommen wir jetzt zur Konfiguration des Client-Systems. Kommen wir zur Einrichtung des VPN-Tunnels auf dem Android-Smartphone. Zuerst einmal gehen wir in die Einstellungen und im Anschluss dann auf Drahtlos und Netzwerke. Hier im Bereich Drahtlos und Netzwerke gibt es dann den Punkt VPN. Im Bereich VPN können wir diverse andere VPN-Tunnel, sofern wir welche konfiguriert haben, finden. Genauso eben auch wie andere VPN-Clients, sofern welche installiert sind. In diesem Fall verwenden wir den integrierten VPN-Client, deshalb klicken wir unten einfach auf VPN hinzufügen. Damit sind wir jetzt in der Konfiguration eines neuen VPN-Tunnels. Hier vergeben wir zuerst einmal einen Namen, zum Beispiel Zentrale, da es sich hier zum Beispiel um die VPN-Anbindung an den zentralen Standort handelt. Dann haben wir als nächstes den Typ. Hier gehen wir drauf und wählen dann folgenden Typ aus und zwar IPsec-Xout mit Pre-Shared-Key, also PSK. Dann haben wir als nächstes den Server. Damit ist das Zielsystem gemeint und das bedeutet in diesem Fall natürlich, dass wir hier entweder die öffentliche IPv4-Adresse des Systems eingeben oder alternativ die DUN-DNS-Adresse, zum Beispiel zentrale.dunndns.de oder eben die IP-Adresse. Dann haben wir als nächstes den Punkt IPsec-ID. Hier geben wir die Peer-ID, die wir in unserem System konfiguriert haben, ein, in diesem Fall Android. Als nächstes kommt dann der vorinstallierte IPsec-Schlüssel. Hiermit ist der Pre-Shared-Key des VPN-Tunnels gemeint. Diesen geben wir dann hier ein. Nun kommen wir noch zu einem optionalen Thema. Das heißt, in den erweiterten Optionen gibt es die Möglichkeit, die sogenannten Weiterleitungsrouten zu setzen. Hier entscheidet sich sozusagen, ob wir nicht nur den Netzwerk-Traffic, sondern auch den gesamten Internet-Traffic über diesen VPN-Tunnel senden möchten. Möchten wir das nicht tun, also sprich nur die Kommunikation in das lokale Netzwerk eben über diesen VPN-Tunnel senden, dann geben wir hier die entsprechende Adresse des Netzes ein. Das heißt, wir verwenden dann Split-Tunneling, um eben den Traffic ins lokale Netzwerk über den VPN-Tunnel zu senden und sämtlichen Internet-Traffic weiterhin über den normalen Internetzugang. In diesem Fall machen wir das jetzt einfach mal. So sieht das Ganze hier in der Beispielkonfiguration dann aus. 192.168.2.0-24. Die 24 steht für 255.255.255.0. Dann klicken wir hier auf Speichern und damit haben wir jetzt den VPN-Tunnel zentrale fertig eingerichtet. Um den VPN-Tunnel nun zu verwenden, wählen wir diesen jetzt einfach aus und damit kommt noch die Abfrage der Authentifizierung, die wir mit X-Out eingerichtet haben. Das heißt, hier kommt jetzt der Benutzername rein. Das wäre in diesem Fall dann User1 und das zugehörige Passwort. Dann haben wir noch die optionale Möglichkeit, die Kontoinformationen zu speichern. Das bedeutet, dass wir dann nicht jedes Mal den Benutzernamen und das Passwort manuell eingeben müssen. Das können wir, wenn wir das möchten, eben machen. Und zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, diesen VPN-Tunnel als durchgehend aktiv zu kennzeichnen. Abschließend klicken wir dann auf Verbinden und damit wird die VPN-Verbindung aufgebaut. Und wie man jetzt hier am Status dieser VPN-Verbindung sehen kann, ist die VPN-Verbindung nicht nur erfolgreich konfiguriert, sondern auch erfolgreich verbunden. Damit haben wir die Konfiguration des Android-VPN-Clients erfolgreich vorgenommen. Weitere Einstellungen sind auf dem Android-Smartphone nicht erforderlich. Wir haben nun erfolgreich die Digitalisierungsbox konfiguriert. Das heißt, wir haben hier den VPN-Tunnel für das Android-Device angelegt und konfiguriert. Und im Anschluss sind wir hier auf die Konfiguration des Android-VPN-Clients eingegangen und haben den VPN-Tunnel dann auch zur Digitalisierungsbox aufgebaut. Bevor das Video endet, noch ein kleiner Hinweis. Es gibt in der Digitalisierungsbox unglaublich viele Konfigurationsmöglichkeiten. Mittlerweile gibt es viele Konfigurationsvideos zu Digitalisierungsbox. Diese erreichen Sie nun ganz einfach, indem Sie oben auf den Play-Button drücken. Dadurch öffnet sich ein neues Fenster und es wird die Website digitalisierungsbox.bintech-lmac.com aufgerufen. Sie haben hier die Möglichkeit, Ihre Digitalisierungsbox auszuwählen und können dann im Anschluss auf sehr, sehr viele Digitalisierungsbox-Konfigurations-Tutorials zugreifen. Einfach nach dem gewünschten Thema suchen und in der Regel finden Sie auch hier eine Antwort. Damit endet dieses Video. Auf Wiedersehen und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Dann oder Sie können jetzt... können Sie machen wieder mit dem Team olar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. ido